So, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wir sollten diese Menschen im Stich lassen. Stattdessen wählten wir die Verdammten. Nicht alle von uns. Was? Wer ist da? Eines eurer Opfer. Der, der nur Befehle ausführte. Alter. Sie ließen uns keine Wahl. Ihr hattet immer die Wahl. Ihr habt nur Scheiße gebaut. Wir wollten euch retten. Tief drin wussten sie, dass wir alle sterben müssen. Es war nicht meine Schuld. Captain, Lugo, Hilfe! Über 5000 Menschen leben noch in Dubai, am Tag bevor sie ankommen. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Schmuck schützen. Falsch. Ich muss sie vor dem Schmuck schützen. Walker, bist du da? Verdammt, Walker. Wenn du lebst, dann antworte mir. Kapitel 13. Was? Ich bin's, Adams. Scheiße, Mann, wo steckst du? Äh, weiß noch nicht. Ist das Logo bei dir? Das teile ich schon zum dritten Mal, glaube ich, durch Adams oder mein Team. Und wo bist du? Einfach dem Haus. Gut, ich komme zu dir. Ich habe den Hurensohn. WTF WTF Oh komm, nein, 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 oh komm Das gibt's doch nicht Komm schon, mach ein bisschen schneller So, jetzt komm Kill this bestätig, verdammt WTF Shit, wie kann sie mich? Weg ist er Das wird helfen, kannst du gehen? Ich brauche nur mit, mit diesen Kerlen vom Hals Ich übernehme die 33. Komm auf die Beine Werfe Granate Muss nachladen, gib mir Deckung Vorsicht, Granate Schnell den Eis Nicht auf die Schnell den Eis Nein, 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 ach komm, einmal probiere es jetzt noch, komm schon, jetzt komm, mach ein bisschen. What the fuck? Granate raus! Granate raus! Komm sofort zurück! Shit, Hilfe! Gegner erledigt! Ach komm ey, wie soll ich denn die alle töten? Ach komm, ich probiere es nochmal. Ach komm, ich probiere es nochmal. Kill ist bestätigt, verdammt! Granate! Steh zum! Fick dich! Fick dich! Verdammt, die ungehn mich! Gib mir Feuer, verwerdet! Oh Mann! Wie soll man das schaffen? Jetzt bin ich schon so fünften oder fünften Art direkt. Kann ich mich da irgendwie weiter hinten zurückziehen? Alles so ganz nah vorne. Alter vorne ist es echt mir zu heiß. So, jetzt essen wir hier schon die Deckung. So. Einmal. Das ist ja gar nicht so tief! Ich hab' den Hurensohn! Ja, Gottverdammt! Haltet sie mir kurz, verbleibt! Oh, du Depp! Boah! Fuck! An was bin ich denn gestorben? Oh, ich hasse es! Ach, komm! Oh, fuck! Wird doch jetzt irgendwie zu schaffen sein! Jetzt komm schon, mach ein bisschen hin, ey! So, erstmal hier in Deckung, dann nimm ich mir die Knarre, dann tauschen. So, dann hier schnell mal das. Dann hier rüber, dann schnell die Granaten schnappen. Und hier schnell in Deckung. So, jetzt nimm ich mir die Harmonie als voll. Das haben wir nicht hier. Verdammt, sie umgehen nicht! Gib mir Feuerschutz, seit uns! Schalt ihn aus! Nicht in Deckung! Werfe Granate! Lass wieder einen! Noch einer! In Deckung! Ich bin hier! Muss nachladen! Geht mir Deckung! Was ist das? 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 Was ist das?